Hey, lasst uns kämpfen! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wir werden uns diesmal um Kämpfen kümmern, um die ersten Kämpfe. Und beim letzten Mal hatten wir ja Musik und Wetter, ist auch eine coole Sache, auf jeden Fall sind jetzt Kämpfe dran. René hat auch eine Frage gestellt zu dem Thema, mehr oder weniger zu dem Thema, und die möchte ich dann jetzt auch beantworten. So, wir gehen als erstes aber in meine neue Map, die ich extra für dieses Tutorial erstellt habe. Wahnsinn, was ich alles mache, oder? Ist echt eine coole Sache. Wie die Map am Ende aussieht, spielt ja keine Rolle. Wir toben uns jetzt mal auf dieser Map ein bisschen aus. Zuallererst werden wir Zufallskämpfe machen und danach werden wir die Gegner auf der Map platzieren. Also, wenn euch beides interessiert, dann könnt ihr das Video komplett gucken und wenn euch nur das andere interessiert, nur die Gegner auf der Map, dann solltet ihr vielleicht den ersten Part des Tutorials ein bisschen skippen. Oder vielleicht lernt ihr auch das eine oder andere trotzdem noch dazu. Lasst es einfach durchlaufen, wie ihr wollt. Gut. So, als erstes rechtsklicke ich auf die entsprechende Map und gehe auf Bearbeiten. Oder ich öffne das Ganze über Space Leertaste. Also, ich klicke einfach auf die Map, zum Beispiel O-Ton-Raw 2 und drücke Leertaste, dann komme ich in das Menü. Oder rechtsklick Bearbeiten, komme ich auch in das Menü. Sehr gut. Bin ich hier in diesem Menü und, ja, beim letzten Mal hatten wir hier die Musik eingestellt, aber was kann man hier noch alles Schönes machen? Eine ganze Menge tatsächlich. Zum Beispiel kann man hier Begegnungen für die Gegner einstellen. Und das werden wir dann auch tun. Wir werden hier einfach ein paar Zufallsgegner hinzufügen. Einfach Doppelklick, wie bei den Events, bei den Befehlen. Und dann kommen wir in das Begegnungsfenster. Hier können wir uns eine Truppe aussuchen. Wie wir eine eigene Truppe erstellen, werden wir im nächsten Video begutachten. Oder im übernächsten mal schauen. Oder im überübernächsten Tutorial-Video zum MW. Mal schauen, wie ich Zeit und Lust finde, was ich in welcher Reihenfolge dann mache. Auf jeden Fall werden wir das in einem späteren Video mal machen. So, wir wählen als erstes einfach Fledermoss mal 2 aus. Häufigkeit lassen wir so. Spielt erstmal gar keine Rolle. Erkläre ich später, wofür das gut ist. Dann haben wir hier den Bereich. Entweder die ganze Karte oder festlegen durch Regions-IDs. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Da könnt ihr hier Regionen-IDs eingeben, auf denen der Gegner spawnen soll. Wir machen jetzt erstmal ganze Karte. Aber ich erkläre euch das mit den Regionen-IDs trotzdem. So, wir haben hier einmal den Reiter R für die Regionen-IDs. Gehen hier auf Mapping-Modus und dann können wir hier die Regionen-IDs setzen. Und zum Beispiel können wir jetzt einstellen, dass die Fledermäuse nur in Region 1 kommen und nicht in Region 2. Und in Region 2 kommen andere Gegner beispielsweise. Okay. Wofür ist das gut? Das ist zum Beispiel gut für Weltkarten. Wenn ihr beispielsweise eine Weltkarte habt und ihr habt dort verschiedene Kontinente und wollt die jetzt mit dem Schiff bereisen oder so. Oder allgemein, wenn ihr eine Weltkarte habt. Und dann ist ja klar, dass in den ersten Gebieten, in den ersten Ländern, schwächere Gegner kommen als in den späteren Gebieten. Und dann könnt ihr hier Gebiet Nummer 1, Rot mit der 1 markieren. Und Gebiet 2, Orange mit der 2. Und Gebiet 3, dann mit Gelb mit der 3. Und Gebiet 4, dann Grün mit der 4. Okay. Sollte ja soweit klar sein. Und das geht dann runter bis 255. Also ihr habt einiges an Gebieten. Damit ihr halt nicht auf die schweren Gegner aus dem letzten Gebiet schon am Anfang im ersten Gebiet treffen könnt. Beziehungsweise der Spieler dann dementsprechend. Ihr könnt das Ganze aber auch anders nutzen. Zum Beispiel wie bei Pokémon, dass Gegner beispielsweise nur im hohen Gras auftauchen. Dann könnt ihr hier die 1 setzen überall, wo hohes Gras ist. Und dann können die Gegner nur im hohen Gras auftauchen. Auch eine coole Sache. Definitiv ist jetzt nicht unbedingt auf der Map hier sinnvoll. Weil ihr einfach vorbeilaufen könnt an dem hohen Gras. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ihr könnt natürlich dann auch verschiedene Grasflächen machen. Zum Beispiel tauchen hier oben andere Gegner auf als hier unten. Hier unten wären zum Beispiel die 2. Und so weiter und so fort. Also ihr seht, man kann da einiges machen. Zack, haben wir hier schon 2 Regionen eingestellt. Wollen wir aber jetzt nicht machen. Wir lassen das weg und kümmern uns um die ganz normalen Zufallskämpfe auf der ganzen Map. Da haben wir wie gesagt schon die Fledermäuse eingestellt. Hier haben wir noch auf der linken Seite Begegnungen Schritte oder BEG Punkt Minus Schritte. Das ist die durchschnittliche Anzahl an Schritte, die zwischen 2 Kämpfen zurückgelegt werden müssen. Diese Map ist nur 35 breit. 30 Schritte im Durchschnitt, es geht hier um den Durchschnitt, ist ziemlich hoch angesetzt. 20 wäre vielleicht besser. Weil bei 30 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich von rechts nach links durchlaufen kann, ohne auch nur einen einzigen Gegner zu sehen. Es ist wie gesagt auch nur ein Durchschnittswert. Es kann auch sein, dass hier der Gegner nach 50 Schritten erst kommt oder schon nach 20 Schritten oder nach 10 Schritten. Mit der 30 ist nur ein Durchschnittswert. Es ist immer noch Zufall am Ende. Es wird immer noch ausgewürfelt. Wollte ich jetzt nur nochmal sagen. Dann könnt ihr auch noch hier einen Kampfhintergrund festlegen. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst sieht man die Map statt den Kampfhintergrund. Und die Map wird dann so ein bisschen verschwommen dargestellt. Das ist nicht so schön und deswegen machen wir einen schönen Kampfhintergrund. Und wir haben hier die Auswahl zwischen Untergründen und Hintergründen. Also wir können hier zwei Bilder kombinieren. Wir können auch eigene Grafiken verwenden. Das ist eigentlich soweit klar, denke ich mal. Also ihr seid nicht darauf angewiesen. Aber für den Anfang würde ich euch empfehlen, erstmal die Grafiken hier zu verwenden. Wir verwenden jetzt erstmal Grasland und Forest. Grasland und Forest sieht eigentlich am besten aus, finde ich jetzt. Also für das Gebiet hier passt es am besten. Wir haben hier ein bisschen Forest, aber auch ein bisschen Grasland. Nein, Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Es ist ein anderer Kampfhintergrund, würde vielleicht nicht ganz so gut passen. Der passt zwar auch nicht wirklich, weil es kein echter Wald ist, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, dann können wir auch Kampfmusik festlegen. Das geht in der Database bei den Zahnrädern oder Datenbank auf Deutsch unter System. Und dann haben wir hier Musik. Hier können wir die Titelmusik ändern, brauchen wir aber jetzt erstmal nicht. Was wir ändern wollen, ist die Kampfmusik, dann haben wir noch die Siegesmusik, die Niederlagenmusik und die Game-Over-Musik. Das sind, denke ich mal, die entscheidenden Musiken, die wir brauchen. Und wir ändern hier mal die Kampfmusik. Doppelklick einfach drauf. Und dann können wir auch mal Probe hören. Ich hoffe, wir können das gut hören. Und wir können hier einfach irgendeine Musik auswählen. Standardmäßig ist Battle 1 ausgewählt und nehmen wir jetzt auch einfach. Aber nur damit ihr das mal gesehen habt. Hier könnt ihr dann einfach per Doppelklick die Musik einfach ändern und eine andere auswählen. Ihr könnt, wie gesagt, auch eigene Musik verwenden. Daran soll es nicht scheitern. Über den hier Ressourcenmanager könnt ihr einfach eigene Musik importieren. Bei BGM könnt ihr einfach importieren und dann sucht ihr euch die Musik raus, die ihr importieren möchtet. Aber ich gebe euch einen Tipp. Verwendet erstmal nur die Standardmusik und kümmert euch erstmal nicht um die Musik an sich. Das spielt erstmal gar keine Rolle. Lernt erstmal den RPG-Maker und dann versucht eigene Musik zu verwenden, eigene Grafiken zu verwenden etc. Sobald ihr den RPG-Maker richtig beherrscht. Ist nur ein Tipp von mir, dass ihr vielleicht erstmal die Grundlagen lernt. Und wir werden uns ein andermal mit dem Ressourcenmanager auseinandersetzen. Heute nicht. Das ist nicht Bestandteil dieses Themas. Ich wollte es nur mal nebenbei erwähnt haben. Gut, dann haben wir Kampfmusik ausgewählt, eine Gegnergruppe ausgewählt und die Begegnungen in Schritten nicht eingestellt. Aber die lassen wir mal auf 30. Ich will euch mal zeigen, dass es vielleicht wirklich sehr knapp wird mit dieser Map. Neues Spiel. Und dann gehen wir hier mal nach links. Und dann müsste irgendwann der Zufallskampf starten. Oh, der ist relativ schnell gestartet tatsächlich. Ähm, wir fliehen mal. Aber, wie ihr seht, das war purer Zufall, dass er gleich nach 5, 6 Schritten gestartet ist. Der nächste Kampf, wie ihr seht, lässt ganz schön auf sich warten. Ihr habt gesehen, also zwei Kämpfe und dann bin ich auch noch zurückgegangen. Stück, ich wäre schon längst aus der Map wieder draußen gewesen. Also ich hätte auf der Map nur einen einzigen Kampf gehabt. Und bei 30 Schritten wird da auch vielleicht nicht viel mehr drin sein, als nur ein Kampf. Ähm, dementsprechend würde ich das Ganze hier auf 20 runterstellen. Bei der Map beispielsweise. Oder die Map einfach größer machen. Das wäre auch eine Option. So. Oder auf Zufallskämpfe verzichten. Und die Gegner auf der Map platzieren. Das geht auch, das machen wir nachher. Gut. Dann haben wir hier, ähm, die Häufigkeit. Die wollte ich erklären und die erkläre ich jetzt auch. Das Ganze ist wie folgt. Ähm, wenn wir mehrere Gegnertruppen haben. Beispielsweise machen wir jetzt Fledermäuse und Schleime. Dann besagt die Häufigkeit, welche Gegnertruppe am wahrscheinlichsten kommen soll. Derzeit sind beide auf 5, also kommen beide gleich häufig. Wenn ich die Fledermäuse jetzt beispielsweise auf 20 stelle und die Schleime auf 5 lasse, werden sehr wenig Schleime kommen und viele Fledermäuse. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert, weil es ist immer noch Zufall. Vergesst das nicht. Ähm, ihr könnt auch 5 mal hintereinander die 6 würfeln. Ähm, wenn ihr ganz viel Glück habt. Also dementsprechend können hier auch 5 mal hintereinander Schleime kommen. Und ich habe den absoluten Vorführer-Effekt. Aber es sieht ganz gut aus. Es kamen jetzt Fledermäuse. Vielleicht, wenn ich Glück habe, nochmal Fledermäuse. Wunderbar. Und wenn ich Glück habe, kommen jetzt nochmal Fledermäuse. Und dann kommen erst Schleime. Mal schauen. Und dann kommen nochmal Fledermäuse. Sehr gut. Das ist genauso, wie ich es wollte. Äh, wollte. Ja, wollte. Ähm. Und jetzt kommen erst die Schleime. Wunderbar. Hat doch alles perfekt geklappt. Ihr habt gesehen, die Schleime sind deutlich seltener als die Fledermäuse. Weil ich hier halt bei Häufigkeit eine 20 habe bei Fledermäuse. Und bei Schleime eine Häufigkeit von 5. Gut. Haben wir das auch geklärt. Können wir auf jeden Fall, ähm, wieder alles rauslöschen. Ich denke mal, das ist soweit verstanden. Und komplett aufgenommen von euch. Ich denke mal, da sollte es keine Probleme geben. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt einfach eure Fragen. Wie man eigene Gegnergruppen erstellt und eigene Gegner macht, werden wir dann, wie gesagt, in einem späteren Video mal, ähm, betrachten. Als nächstes wollen wir Gegner auf der Map platzieren, damit wir keine Zufallskämpfer haben, sondern die Gegner auf der Map sehen, ihnen ausweichen können oder gegen sie kämpfen können. Auf der Map halt, direkt als Events die Gegner platziert haben. Dazu erstelle ich erstmal ein Event. Wer hätte das gedacht? Ich doppelklicke ganz normal, wie man es kennt. Wähle ein Bild aus. Da gibt es tatsächlich schon fertige Bilder dazu. Beim Monster gibt es hier den schönen Schleim. Den nehmen wir. Der ist richtig niedlich. Guckt ihn euch an. Nein, Spaß. Ähm, gut. Haben wir gemacht, den Schleim ausgewählt. Wir nennen das Event einfach mal Schleim und fertig. Dann machen wir hier Inhalte. Inhalte brauchen wir auf jeden Fall. Was soll dieses Event können? Das Event soll einen Kampf starten. Alles andere würde ja gar keinen Sinn machen, oder? Also starten wir einen Kampf. Das Ganze machen wir auf der dritten Seite der Ereignisbefehle. Und dann hier Kampfverarbeitung. Ein bisschen komisch geschrieben. Aber wenn man den Zeiger drauf lässt, steht dort, beginnt ein Kampf. Das ist verständlicher. Ähm, und wir klicken drauf. Dann haben wir hier, ähm, eine Auswahl, welche Gegnergruppe kommen soll. Das Ganze können wir auch über Variablen machen. Dann können wir in-game die Variablen verändern. Zum Beispiel, wenn man im Spiel ein bisschen weiter fortgeschritten ist, dann sollen vielleicht andere Gegner auftauchen. An derselben Stelle vielleicht, ähm, dann drei statt zwei Schleime. Oder, ähm, keine Ahnung, rote Schleime. Aber dann sollte man vielleicht auch das Bild ändern. Und dann muss man sowieso ein bisschen mehr machen. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, wie zufällige Begegnungen, hm, halte ich nicht für sinnvoll. Aber, ja, wenn ihr dafür eine sinnvolle Anwendung findet, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe dafür keine, ähm, zufällige, äh, ich meine, keine, ähm, keine sinnvolle Anwendung. Hier steht es, wählt eine Truppe zufällig aus, denen aus, die für zufällige Begegnungen auch in den Karteneinstellungen festgelegt wurden. Hm, ja, macht wie gesagt keinen Sinn, weil da müsste ich ja beides kombinieren im Grunde. Ähm, hm, bin ich jetzt eigentlich nicht so Fan von. Ich denke mal, direkte Zuweisung ist da am sinnvollsten. Äh, ja, finde ich jetzt persönlich am sinnvollsten. Aber, ähm, wie gesagt, wenn ihr hierfür eine coole Anwendung habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht findet ihr da irgendeine sinnvolle Anwendung. Finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Aber, ja, kann man mal gehört haben. Ähm, und vielleicht habt ihr da eine richtig coole Idee. Auf jeden Fall finde ich direkte Zuweisung am sinnvollsten. Dann wählen wir hier Schleim aus. Schleim mal zwei. Dann kann man hier aussuchen, ob man fliehen kann oder nicht. Und ob man verlieren kann oder nicht. Das klingt komisch. Ähm, verlieren kann man immer. Keine Angst, Leute. Es ist so gemeint, dass ich dann wieder zurück auf die Map komme, wenn ich verloren habe. Und dann kann ich dort weiterarbeiten. Dann kann ich zum Beispiel den Held bewusstlos werden lassen, auf eine andere Map teleportieren und irgendwo in einem Krankenhaus aufwachen lassen oder also in einem Bett aufwachen lassen, etc. Und statt, ähm, auf den Game-Over-Bildschirm zurückgeschmissen, äh, zu werden. Sowas kann man dann machen. Ist eine coole Sache. Ähm, wenn man nicht will, dass der Spieler immer in den Game-Over-Screen geworfen wird, nur weil er mal verloren hat, dann kann man halt, wie gesagt, einfach zurück teleportieren auf eine andere Map. Ähm, zum Beispiel ins letztbesuchte Krankenhaus, ähm, oder letztbesuchte Herberge oder irgendwas. Ähm, und dann kann man da natürlich schöne Sachen machen. Oder story-technisch kann man auch Sachen machen, wenn man zum Beispiel vor einem Bosskampf ist. Und dann kann man vielleicht so eine Verzweigung machen. Wenn man den Boss besiegt, dann passiert das und das in der Story. Wenn man den Boss nicht besiegt, sondern verliert, passiert das und das in der Story. Ähm, sowas in der Richtung kann man dann machen. Oder irgendwelche optionalen Kämpfe, wo man, ähm, wenn man gewinnt, eine Belohnung bekommt. Und wenn man nicht gewinnt, ähm, dann passiert einfach mal gar nichts. Und man hat vielleicht nochmal die zweite Chance, gegen ihn zu kämpfen, noch die dritte Chance. Und so weiter und so fort. Vielleicht so lange kämpfen, bis man mal irgendwann gewonnen hat. Einfach so. Und dann kommt halt ein kurzer Dialog. Einfach sowas wie, ähm, Ha, 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 du hast noch nicht gewonnen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Und so weiter und so fort. Irgendwas in der Richtung. Ich bin nicht gut in Dialog beschreiben. Okay, Leute, das müsst ihr machen. So, lassen wir aber sein. Wir machen erstmal nur Kampf starten. So. Gut. Jetzt startet das Event ein Kampf. Okay. Aber nur, wenn Auslöser Aktionstaste ist. Okay, das ist richtig, richtig blöd. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, welcher Spieler wird freiwillig den Gegner ansprechen, wenn er es nicht machen muss? Es sei denn, der Gegner steht mitten im Weg. Dann geht das nicht anders. Aber ansonsten ist es natürlich Quatsch. Also machen wir Typ, Bewegungstyp erstmal. Und dann annähern. Bewegt er sich immer in, ähm, Spielerrichtung. Und bei Auslöser machen wir auf Ereignisberührung. Das Ereignis, also der Schleim, bewegt sich immer auf den Spieler zu. Und wenn er ihn berührt, also wenn das Ereignis den Spieler berührt, der Schleim in dem Fall, dann startet der Schleimkampf. Okay. Wenn ich den Schleimkampf gewonnen habe, will ich aber auch, dass der Schleim verschwindet von der Map. Sonst wäre es echt ärgerlich. Also machen wir nochmal einen neuen Befehl rein. Und da machen wir Ereignislöschen rein. Jetzt wird das Ereignis gelöscht, wenn wir den Kampf gewonnen haben. Das ist doch optimal. Und wenn wir verlieren, kommen wir auf den Game-Over-Bildschirm. Das ist eigentlich so, denke ich mal, die Haupteinstellung, die jeder von uns bevorzugen dürfte. Im Großen und Ganzen. Wir machen Häufigkeit, ähm, der, äh, Bewegung mal auf Höher und Tempo lassen wir auf Langsam. Aber da könnt ihr, ähm, mit den Geschwindigkeiten, wie die Gegner sich bewegen sollen, ähm, selber ein bisschen rum experimentieren. Daran soll es ja nicht scheitern, denke ich mal. So, dann machen wir, ähm, Neuspiel und gucken mal, ob das Ganze funktioniert. Sollte jetzt eigentlich auf mich zukommen. Ah, da kommt er schon. Sehr gut. So, hier, komm her. Wie ihr seht. Und zack, er löst den Kampf aus. Wunderbar. Schleim ist aufgetaucht und ich kann nicht fliehen, wie ihr seht. Aber ich kann kämpfen. Ich muss jetzt mal kurz den Kampf beenden. Das dauert nicht lange. Ähm, sind ja nur zwei Schleime. So, der erste war schon weg. Und da ist dann auch der zweite weg. Nein, doch nicht. Ich hab daneben geschlagen. Naja, so viel Pech hab auch immer ich. Das ist halt einfach manchmal so. Aber nicht schlimm. Dauert nicht lange. Zack. Und weg war er. Nein. Jetzt aber. Nein. Jetzt aber. Danke. Danke, Schleim. So, und weg ist er. Er ist von der Map verschwunden. Aber, weil wir das Ereignis gelöscht haben, ist das Ereignis wieder da, sobald wir die Map verlassen und wieder neu betreten. Das ist praktisch, weil dann kann der Spieler auch ein bisschen trainieren, ein bisschen aufleveln und kann immer wieder gegen dieselben Gegner kämpfen, wenn er das möchte. oder den Gegnern einfach ausweichen. Der Schleim ist jetzt ein bisschen langsam und wird uns wahrscheinlich nie kriegen, wenn wir das nicht wollen, wie ihr seht. Aber, hey, ihr könnt da, wie gesagt, an den Geschwindigkeiten selbst rumjustieren. Ihr könnt hier zum Beispiel auch einfach mal die Häufigkeit höher stellen und dann, alleine das wird schon einiges ausmachen, denke ich mal. so, aber wir zeigen, ja, wir, ich zeige euch gleich mal eine zweite Möglichkeit. Wenn ihr statt Ereignis löschen ein Self-Switch reinmacht, ähm, wo haben wir ihn? Ähm, Selbstschalter steuern, A ist an, dann, eine neue Eventpage reinmacht und als Bedingung Selbstschalter A ist an, dann, ist der Gegner, sobald er besiegt ist, endgültig besiegt. Er wird nicht wiederbelebt, auch nicht bei Map-Wechsel. Das zeige ich euch nochmal. So, dann kann ich euch gleich mal zeigen, dass er jetzt ein bisschen schneller ist. Ja, der ist jetzt deutlich schneller und dann ist es jetzt schon ein bisschen schwerer auszuweichen, wie ihr seht und zack, da war er schon da. Und ich kann jetzt kämpfen. Sollte vielleicht ein paar Skills benutzen, dann dürfte es vielleicht ein bisschen schneller gehen, aber egal, wir kriegen das auch so hin. Daran soll es ja nicht scheitern. So, hier, wir haben noch ein paar Skills, Funken und, ups, habe ich Schutz gemacht, aus Versehen. Das hat Terezo nichts. Okay, das ist nicht viel. Ähm, Enttäuschung. So. Okay, da war der Erste weg. Gut, da kommt mein Funkenzauber. Mein Feuerzauber. Wunderbar. Und der Gegner war trotzdem nicht weg. Naja, nicht schlimm. So, und gewonnen. Gut, wir waren siegreich und der Gegner ist weg, so wie immer. Also, so wie vorher auch. Aber wenn ich die Map jetzt verlasse und neu betrete, ist er auch noch weg. Das ist ziemlich cool, falls ihr, ähm, nicht wollt, dass die Spieler unendlich trainieren können an einer Stelle. Ähm, ist aber natürlich, wie gesagt, ein bisschen ungünstig, falls es doch trainierbar sein soll, das Spiel. Also, falls man die doch aufleveln können soll, ähm, die Charakter. Weil dann gibt es nur begrenzt viele Erfahrungspunkte. Ähm, ihr könnt aber auch machen, dass bestimmte Gegner respawnen und bestimmte Gegner nicht respawnen. Also, ihr könnt auch verschiedene Einstellungen machen, wie ihr das möchtet. Das sollte ja klar sein. Also, ihr könnt beides auch kombinieren auf einer Map. Das ist, ähm, soweit klar. Zum Beispiel könntet ihr machen, die Fledermäuse respawnen und die Schleime respawnen nicht, als Beispiel. Ähm, oder ihr habt auf, äh, jeder Map einen großen Gegner, der besonders viele Erfahrungspunkte bringt, wenn man den dann besiegt bekommt. So eine kleine Art Zwischenboss. Und wenn der besiegt ist, dann macht ihr das über, ähm, Selbstschalter A ist on. Und bei allen anderen auf der Map macht ihr das über eigenes Löschen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das wäre dann Fliehen. Da, äh, kann man hier einfach das Häkchen mit kann fliehen einstellen. Und dann haben wir hier wieder, äh, Bedingung Sieg und Bedingung Flucht. Bei Sieg kann man jetzt zum Beispiel, äh, Steuer, ähm, den Schalter A ist an reinmachen und bei Flucht, wenn ich fliehe, kann ich zum Beispiel reinmachen, ein eigenes Löschen. Das ist auch eine coole Kombination. Ähm, wenn ich fliehe, wird das eigenes gelöscht und nur wenn ich die Map verlasse und wieder neue betrete, ist das eigenes wieder da. Und wenn ich ihn besiege, bleibt er für immer weg. Das ist ziemlich praktisch, weil wenn ich fliehe und er gelöscht wird endgültig, wie hier oben, ähm, dann habe ich ja das Problem, dass ich die Erfahrungspunkte auch nicht bekommen habe und auch nie wieder kriegen kann. Aber dadurch, dass das eigenes nur gelöscht wird, habe ich wenigstens die Chance, wieder, ähm, an die Erfahrungspunkte ranzukommen, indem ich einfach irgendwann später wieder zurückkomme und nochmal den Kampf mache. Das wäre wirklich ärgerlich, wenn ihr dann auch den Selbstschalter reinmacht. Das wäre wirklich ärgerlich. Das fände ich nicht so schön, wenn das mal in einem Spiel ist. Ähm, so fände ich es am angenehmsten, muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich sagen. Und so würde ich es auch selber, ich persönlich einstellen, höchstwahrscheinlich. Oder hier oben halt auch Ereignis löschen, beziehungsweise dann einfach, wenn beides dasselbe ist, kann man es auch einfach so machen. So, dann spielt es, dann kann man das hier einfach freilassen, dann spielt es keine Rolle. So, wollte ich nur mal gezeigt haben. So, brauchen wir den Selbstschalter wieder. Gut. Als nächstes, ähm, würde ich noch machen, dass der Gegner erst auf uns aufmerksam wird, wenn wir ein bisschen näher an ihn rankommen. Das heißt, dass er sich vorher vielleicht gar nicht bewegt oder random bewegt, also zufällig bewegt. Und vielleicht auch ein bisschen langsamer bewegt. Das ist eigentlich genau die Frage, die René hatte. Und die möchte ich jetzt noch beantworten in diesem Video. Wenn das nicht interessiert, könnt ihr ausmachen. Und lasst doch mal einen Daumen nach oben da und ein Abo natürlich, würde ich mich sehr freuen. Und schreibt einen Kommentar, etc. pp. Ich freue mich über jedes Kommentar auch. Ich lese mir das einmal alles schön durch. So, eigene Seite kopieren machen wir und einfügen. Und gehen jetzt auf die erste Seite und löschen mal den Inhalt einfach raus. Übernehmen das Ganze. Dann machen wir hier bei Auslöser parallel rein. Das läuft die ganze Zeit parallel im Hintergrund. Und bei Bewegung entweder, wie gesagt, gar nicht bewegen oder einfach zufällig bewegen lassen. Einfach random irgendwo rumlaufen. Wir machen mal die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer. z.B. auf Normal und Langsam. Dass es sich nur ab und zu bewegt, das Monster. Und erst auf dieser Event-Page, äh, Event-Page, Entschuldigung, Event-Page, dass es hier übelst abgeht und plötzlich auf uns zurennt. So, dann machen wir hier einen Selbstschalter aber rein und ändern den hier auf B. Nicht vergessen. Und den hier dann auch auf B. Wir brauchen dann zwei Selbstschalter. Und oder wir machen das nicht über einen Selbstschalter. Ja gut, jetzt habe ich schon auf Übernehmen gedrückt. Egal. Machen wir es später. Ist nicht so wichtig. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Machen wir es später. Ich korrigiere das später. Okay. Vergesst es bitte nicht, dass ich das noch korrigieren wollte. Nicht, dass ihr mir jetzt hier nachmacht und dann den Schluss am Ende rauskattet. Also einfach das Video beendet. So. Wir machen jetzt erstmal eine Positionsabfrage hinein. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir machen Variable steuern. Da brauchen wir jetzt zwei Variablen. Einmal x-Koordinate. Ups. x-Koordinate. Ich nenne es einfach x-Core. Und wir brauchen noch eine y-Koordinate. Die y-Core. So. x-Koordinate. Und dann lassen wir auf Einstellen. Wählen aus Spieldaten. Wählen aus nicht Karten-ID. sondern Charakter. Dann dieses Ereignis. Und dann Karte x. Wo befindet sich dieses Ereignis auf der Karte? In der x-Koordinate. Also von links nach rechts gemessen. Und dasselbe nochmal. Wir kopieren es einfach. Dasselbe nochmal. Und mit Leertaste kann ich es dann wieder bearbeiten. Also hier rechtsklick. Bearbeiten. Hier steht dann auch Space. Also einfach mit Leertaste. Dann kann ich es wieder bearbeiten. Dann gehe ich hier oben auf x-Core. Und ändere es auf y-Koordinate. Einstellen. Spieldaten. Und ändern das hier von also dieses Event lassen wir. Und ändern es auf Karte y. Einfach nur. Gut. Dann haben wir einmal die x-Koordinate und einmal die y-Koordinate dieses Events gespeichert. Also hier dieses Ereignis. So. Das Ganze kopieren wir uns nochmal. Also rechtsklick kopieren oder einfach Steuerung c und dann einfach einfügen Steuerung v oder halt rechtsklick und einfügen. So. Und mit Leertaste einfach wieder bearbeiten. So. Dann stellen wir hier auf Subtrahieren. Bei der Kopie wie gesagt x-Koordinate Subtrahieren Spieldaten und dann nicht dieses Ereignis sondern Spieler. Und auf OK. Jetzt wird die x-Koordinate vom Spieler abgezogen. Und dasselbe machen wir an dieser Stelle auch. Subtrahieren dann dann Spieldaten lassen wir draufklicken nicht dieses Event sondern Spieler Karte y lassen wir auch OK OK übernehmen. So. Jetzt haben wir im Grunde die Koordinaten des Spielers mit den Koordinaten des Ereignisses ins Verhältnis gesetzt und können dadurch rausfinden wo sich der Spieler aus der Perspektive des Monsters befindet. Gut. Dann machen wir Bedingungen rein. Bedingte Verzweigung Variable x-Koordinate kleiner gleich 4 Also wenn die Variable x-Koordinate kleiner ich meine größer als minus 4 und kleiner als 4 ist das bedeutet kleiner gleich Entschuldigung gleich nicht vergessen das bedeutet dass es im Umkreis von 4 Feldern etwas passiert in der x-Koordinate wohlgemerkt also 1 2 3 4 Also das heißt wenn ich auf dieser Linie hier irgendwo bin auf dieser Linie hier dann kann mich das Monster sehen und nicht vorher also es kann mich nicht sehen wenn ich hier stehe es kann mich erst sehen wenn ich hier stehe okay wenn es wenn das Monster hier steht wenn es hier steht dann ist es natürlich dann 1 weiter rechts und so weiter und so fort vergesst nicht das Monster bewegt sich ja dann auch so x-Koordinate das kopieren wir beides mal und fügen es nochmal ein und das gleiche machen wir dann nochmal mit der y-Koordinate und auch zwischen 4 und minus 4 oder minus 4 und 4 dann einfach mal 1 2 3 4 1 2 3 4 also alles was sich hier in diesem Radius befindet quasi das kann das Event sehen man kann das natürlich auch auf 3 runterschrauben etc pp jetzt hier auf 3 oder auf 4 lassen das müsst ihr dann selber entscheiden welche Koordinaten ihr haben wollt dann schalten wir den Selbstschalter A an und kommen auf die zweite Eventpage und dort fängt er an uns zu verfolgen und bewegt sich ein bisschen schneller so dann probieren wir das ganze mal aus gucken wir mal neues Spiel ok und so er bewegt sich nicht in unsere Richtung wie ihr seht er bewegt sich einfach hoch runter einfach random wie er gerade lustig ist aber wenn ich mich hierhin bewege bewegt er sich plötzlich auf uns zu bemerkt mich und dann geht's los aber vorher geht es nicht los wie gesagt ihr könnt das auch auf 3 runter stellen falls euch 4 noch zu viel Abstand ist alles kein Problem daran soll es ja nicht scheitern und dann könnt ihr euch quasi an den Gegner vorbeischleichen mehr oder weniger so alles klar gucken wir mal wir können auch stehen lassen am Anfang fest statt zufällig dann kann wir uns vielleicht ein bisschen besser sehen und ich kann es vielleicht ein bisschen besser verdeutlichen so er bewegt sich nicht wie ihr seht ich kann hier stehen bleiben er bewegt sich nicht ich kann noch eins näher rangehen er bewegt sich nicht hier haben wir eins zwei drei felder wenn ich mich jetzt hier so hin bewege dann würde er mich angreifen zum beispiel hier zack und dann bewegt er sich zu mir und es geht los alles klar das sollte dann soweit klar sein das war die frage von rené mehr oder weniger ich würde jetzt die schalter nochmal ändern von selbst schalter auf einen normalen schalter beispielsweise schalter steuern okay und vorher nicht warum habe ich das jetzt von einem selbst schalter auf einen normalen schalter abgeändert ganz einfach weil jetzt kann ich wenn ich die map verlasse einfach schalter steuern gegner 01 auf ausschalten und dadurch verfolgt er uns dann nicht mehr neues spiel dadurch verfolgt er uns dann nicht mehr wenn wir die map nochmal betreten weil jetzt bewegt er sich hoch und runter einfach ich gehe näher ran jetzt verfolgt er uns so da kommt er da kommt er da kommt er und wenn ich die map jetzt verlasse und wieder neu betrete verfolgt er uns nicht mehr und das ist wenn ich die selbst schalter habe nicht der fall dann würde er uns jetzt schon wieder verfolgen ein problem gibt es dabei aber wenn ich eine Gruppe habe die mich verfolgt in dem Fall hier meine drei kumpels da kann er nicht durchlaufen er hat keine chance mich jetzt anzugreifen wenn ich da stehe weil meine drei party Mitglieder den Weg blockieren um zu mir zu kommen da könnte man jetzt natürlich die party Mitglieder einfach ausblenden ich weiß nicht ob man das von anfang an kann Spieler Gefolge anzeigen genau dann macht man hier den Haken aus übernehmen ok und dann haben wir wird das Spieler Gefolge nicht angezeigt und dadurch haben wir den Fehler nicht mehr so und jetzt kann er mich ganz normal angreifen kann ganz normal überall hin wo ich hin kann so ab und zu setzt die KI ein bisschen aus aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein denke ich mal wie ihr seht alles funktioniert wunderbar wenn ich die Map verlasse dann wird er wieder zurückgesetzt der Gegner und verfolgt mich nicht mehr falls ihr das haben wollt ist aber nicht so wichtig denke ich mal ich denke mal das mit den mit diesen Koordinaten ist jetzt nicht so wichtig und im Großen und Ganzen wird das jetzt von euch jetzt nicht so interessiert sein also ihr werdet dann jetzt nicht so interessiert sein an der Sache und ich denke mal dass die meisten das auch ohne Koordinaten lieber verwenden würden also einfach wirklich nur so hier wie es hier ist ohne die erste Event Page und das tolle an der Sache ist dann einfach dass ihr das Ganze einfach unendlich kopieren könnt also ich kann jetzt einfach hier zack die erste Event Patch löschen so und dann habe ich jetzt hier einen Schleim und den kann ich jetzt unendlich kopieren und dann habe ich hier ganz viele Schleime das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben für die kleine Map aber ihr werdet sehen alles funktioniert dann soweit dafür verfolgen sie mich natürlich direkt in Scharen und deswegen wollte auch René dass ich ihm zeige wie man das ausschaltet so fliehen mal so und da kommt schon der nächste Kampf da haben mich gleich zwei gleichzeitig angegriffen und da kommen die nächsten und ihr seht deswegen wollte er dass die Events erst auf mich zulaufen wenn ich schon nah genug dran bin nur um das nochmal zu verdeutlichen Schalter Gegner 01 ist an das Problem ist jetzt an dieser Methode ihr könnt das nicht einfach kopieren wenn ihr das jetzt kopiert dann ist jedes mal hier Gegner 01 dann müsstet ihr für jeden Gegner immer einen neuen Schalter machen aber ich sag's mal so wenn ihr die Maps nicht allzu groß macht werden vielleicht auch einfach mal 10 Switches dafür ausreichen ist natürlich ein bisschen ärgerlich dann jedes mal neu einzustellen aber wenn ihr es einmal gemacht habt und ein bisschen im Flow drin habt dann ist das alles kein Problem mehr dann könnt ihr hier machen Gegner 02 und hier einmal ändern und hier einmal auch auf Gegner 02 ändern und schon haben wir zwei Gegner und das gleiche machen wir dann auch hier mit Gegner 03 so Gegner 03 zack zack ist ein bisschen lästig aber ihr seht so lange dauert das auch nicht fertig und dann werdet ihr sehen verfolgt mich jetzt gleich der erste aber die anderen beiden die laufen noch random hin und her so und der erste verfolgt mich und die anderen verfolgen mich noch nicht wie ihr seht die anderen sind noch ganz entspannt fragen sich hey was macht der da so jetzt hat mich der zweite auch bemerkt und fertig gut dann haben wir noch auch wichtig nächstes Thema ein Seiten Ansichtskampf den kann man auch benutzen das Zeitview Battlesystem und dann haben wir eigentlich das Kampfvideo das erste soweit abgeschlossen und werden uns dann beim nächsten Mal auch wieder um Kämpfe kümmern leider Gottes ich weiß ich weiß ähm und da werden wir dann unseren ersten eigenen Gegner erstellen und unsere erste eigene Gegner Gruppe wie ihr seht ähm sind die Schleime jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig platziert aber das ist nicht das Problem das kann man auch beheben ähm das geht relativ zügig sogar geht man in die Datenbank geht bei Truppen rein eigentlich wollten wir uns erst im nächsten Video damit auseinandersetzen und werden wir auch tun und dann kann man einfach die Schleimposition so übereinander anordnen übernehmen okay und dann sieht das schon wesentlich besser aus im Sideview Battlesystem werdet ihr jetzt gleich sehen dann haben wir das Video wie gesagt abgeschlossen ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen da haben wir den Schleim und zack geht der Kampf los und dann sieht das auch wesentlich besser aus wie ihr seht zack ich hoffe ich konnte euch helfen und ja ich hoffe ihr habt ein bisschen was gelernt der ein oder andere und wenn nicht dann naja auch nicht schlimm vielleicht lernt ihr dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen was Neues daran soll es ja nicht scheitern und ihr könnt das Ganze auch einfach wie gesagt einfach kopieren dann auf weitere Maps wenn ihr das einmal gemacht habt dann ist das alles kein Problem mehr also ihr könnt jetzt einfach eine neue Map machen zack bumm und wartet Leute dauert nicht lange ähm außen bitte so nur mal zu Demonstrationszwecken und dann ähm könnt ihr einfach die Gegner hier Gegner 1 einfach hier drauf kopieren ähm Gegner 0,2 hier drauf kopieren und Gegner 0,3 hier drauf kopieren dann habt ihr alle drei Gegner schon richtig fertig mit den richtigen äh Schaltern einfach kopieren ändert ein bisschen die Grafik vielleicht auf einer neuen Map jetzt lassen wir mal Fledermäuse draus werden so und ähm Kampfvorbereitung ändern wir hier auch auf Fledermäuse ist ja kein Thema und schon haben wir eine Fledermaus draus gemacht also das geht ja relativ zügig das ist wirklich nicht das Thema ähm das ist wirklich nicht das was euch am Ende aufhalten wird ihr werdet sehen ähm es ist ein bisschen nervig und ein bisschen rumgefriemel ähm spätestens bei der 100. Map wird euch das vielleicht ein bisschen ankotzen aber es ist wirklich das geringste übel glaubt mir Leute das ist wirklich einfach nur abarbeiten da müsst ihr nicht wirklich nachdenken oder so ihr könnt auch nicht viel falsch machen ähm wie gesagt hier zack haben wir die zweite Fledermaus und ähm das war es dann soweit ihr könnt hier natürlich auch oben Fledermaus reinschreiben nochmal aber das ist dann auch nicht so wichtig ihr könnt auch einfach nur Gegner dort stehen haben ist auch okay gut das war es dann soweit wirklich hier kann ich meine Startposition mal kurz festlegen dann kann ich euch zeigen dass es auf einer neuen Map natürlich auch einwandfrei funktioniert so ein neues Spiel und tada alles funktioniert die Fledermaus wird mich gleich bemerken da kommt sie funktioniert die zweite Fledermaus locken wir auch gleich mal an na komm her Fledermaus da da kommt sie auch und der Schleim auch gleich und zack da verfolgen sie mich alle und ich kann den Kampf starten Problem jetzt sehe ich die Map im Hintergrund das ist genau das was ich meinte jetzt habe ich keinen Kampfhintergrund ausgewählt muss ich natürlich auf jeder Map neu machen zum Beispiel ähm Castle beispielsweise zack bumm habe ich einen Kampfhintergrund und fertig ist die Laube gut Map lösche ich wieder brauche ich nicht und ich hoffe das war soweit verständlich und ich denke mal wir sehen uns in einem nächsten Video und da werden wir unseren ersten eigenen Gegner quasi erstellen und unsere erste eigene Gegnertruppe erstellen und machen unseren kleinen Bosskampf denke ich mal so wie es eigentlich geplant war ähm was ich ja noch machen wollte den Bosskampf wollte ich ja hier in den Raum setzen und dann machen wir unseren ersten kleinen eigenen Bosskampf okay das war's und ich hoffe ihr seid in meinem nächsten Tutorial wieder dabei tschüsseli und danke fürs Zusehen und hinterlasst noch ein Like und einen Kommentar und wenn ihr es toll fandet und mich noch nicht abonniert habt lasst ein Abo da und vergesst nicht auf die Benachrichtigungsglocke zu drücken damit ihr kein Video verpasst tschüsseli